Du bist mir ein ganz schlauer. Ein heller Burche wie du verdient eine Belohnung. Hier. Was ist das? Ein Bilderbuch, der ultimative Lesespaß. Juhu! Nun ja, aus dem Walter bin ich raus, falls es noch nicht bemerkt haben sollten. Für ein stinknormales Bilderbuch vielleicht, aber dieses hier ist etwas Besonderes, weißt du? Etwas Besonderes? Inwiefern? Du wirst beim Eröffnen merken, dass große Teile des Buches fehlen. Toll, oder? Äh, danke? Das Bilderbuch-Minispiel ist jetzt im Koffer des Professors verfügbar. Du hast den Pflaumenbaum als neuen Aufkleber für Bilderbuch Nummer 1 erhalten. Du hast den Stiefel als neuen Aufkleber für Bilderbuch Nummer 1 erhalten. Du hast den netten Mann als neuen Aufkleber für Bilderbuch Nummer 1 erhalten. Du hast ein Bilderbuch mit Aufklebern von Alfie erhalten. Das Bilderbuch-Minispiel ist jetzt im Koffer des Professors anwählbar. Sammle fleißig Aufkleber und vervollständige die Geschichte. Komplettiere die unvollständige Geschichte, indem du Aufkleber auf den Bilderbuchseiten platzierst. Berühre Aufkleber, um all deine gesammelten Aufkleber zu sehen. Führe den gewünschten Aufkleber mit Hilfe des Touchpens dorthin, wo du ihn platzieren willst. Um den Sticker wieder zu entfernen, führe ihn zum unteren Balken auf dem Touchscreen. Berühre Löschen, um sämtlichste Aufkleber wieder aus deinem Buch zu entfernen. Berühre die Pfeile links und rechts auf dem Touchscreen, um umzublättern. Die Geschichte auf dem oberen Bildschirmrand passt sich automatisch den Bildern an. Setze deine Aufkleber so in die glitzernden Stellen ein, dass die Geschichte einen Sinn ergibt. Je länger du spielst und je fleißiger du knobelst, desto mehr Aufkleber wirst du finden. Löse so viele Rätsel wie möglich, um alle Aufkleber zu sammeln. Insgesamt gibt es drei Geschichten, die du kompletieren kannst. Jede Geschichte ist eigenständig und jeder Aufkleber ist genau für eines der drei Bücher vorgesehen. Löse das erste Buch, um das zweite freizuschalten und dieses, um wiederum das dritte zu spielen. Wenn du alle drei Geschichten vervollständigt hast, passiert etwas Tolles. Eines schönen sonnigen Morgens spazierte ich über eine Wiese. Rechts am Wegesrand sah ich einen Baum. Und hielt inne. Sowas. Vor mir auf der Straße fand ich etwas Violettes. Oh. So. Rechts am Wegesrand sah ich einen Pflaumenbaum. Und hielt inne. Sowas. Vor mir auf der Straße fand ich... ...einen Stiefel. Und gleich davon lag... ...ein netter Mann. Ob die jemand hier verloren hat? Natürlich konnte ich die Sachen nicht einfach dort liegen lassen und nahm sie mit. Höhöhöhöhöh. Ich glaube ja nicht, dass das gerade so hinhaut, aber ich finde es lustig. Du liebe Güte. Sind sie etwa? Nein, das ist nicht möglich. Entschuldigen Sie bitte. Kennen wir uns? Sag Palot, ich wähne mich schon in Schwierigkeiten, als mir ihr Zylinder aus Auge fiel. Aber mir deucht, sie sind nicht der, für den ich sie hielt. Folglich haben wir nichts zu besprechen. Hint fort. Ah, ja. Genau. Hm, auch diese Gegend ist mir völlig fremd. Ich bin sicher, dass ich noch nie hier war. Ja, Luke, ganz offensichtlich geht hier etwas vor sich, das ich noch nicht durchschaue. Oh, warten Sie, ich habe eine Idee. So komisch es auch klingen mag aber. Vielleicht haben wir den Uhrenladen auf der anderen Seite verlassen und haben es nicht bemerkt. Und danach sind wir dann logischerweise einen anderen Weg gegangen. Nein, das kann nicht stimmen, Luke. Als wir den Uhrenladen verließen, da gingen wir durch dieselbe Tür, durch die wir den Laden betreten haben. Ich bin mir absolut sicher. Sie haben wohl recht, Professor. Aber wieso sieht dann bloß die ganze Stadt so verändert aus? Vielleicht wirft unsere Umgebung mehr Licht auf die Sache. Lass uns die Nachbarschaft näher erkunden. Ja, Nachbarschaft erkunden. Ein verlassener Laden. Igitt ist das schmutzig hier. Und die faulige Blume dort zieht sogar schon ungeziefer an. Ah ja. Na, na, mein Jüngelchen. Mit dieser Blume hat es mehr auf sich, als du glaubst. Ick! Versteckt sich da jemand in den Schatten? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Nur eines steht fest. Wo Rätsel sind, da bin auch ich. Ah, sie sind das. Jetzt erkenne ich sie wieder. Wie bitte? Kennen wir uns etwa? Nein? Nun, dann will ich mich schlucks vorstellen. Vor euch steht die bildschöne, hellseherisch begabte Oma Enigma in rosiger Frische. R-rosig? Eher rüstig, würde ich sagen. Aber Luke, wo sind deine Manieren? Einer Dame möchte man doch nicht zu nahe treten. Ist euch je aufgefallen, wie viele Rätsel es auf dieser Welt gibt? Wie viele Enigmen? Rätsel, die euer Köpfchen zum Qualmen bringen? Rätsel, die euch den Schlaf rauben? Selbstverständlich, aber... Und die Rätsel, die ihr vergesst? Was geschieht wohl mit denen? Die müssen doch irgendwo landen. Wohin ein Rätselchen spaziert, wenn es keiner löst, fragt ihr? Na, zu mir natürlich. Hervorragend, gut dies zu wissen. Halt, stopp, kleine Änderung. Natürlich wollen sie zu mir kommen, aber das wird sich in naher Zukunft ändern. Was? Wirklich? Ich würde sagen, ich habe mir meinen Rätselhütten... Hü... Wat? Rätselhüttenhüterinnenruhestand redlich verdient. So. Rätselhütten... Was? Aber sie dürfen nicht aufhören. Was soll denn aus all den Rätseln werden, die wir zurücklassen? Oha, soll das etwa heißen, dass ihr ohne mich in der Bredouille steckt? Dass ihr mich gar braucht? Aufs Allernötigste brauchen wir sie, jawohl. Und der galante Gentleman mit dem schicken Chapeau? Was sagen Sie zu der Sache? Ich bin völlig der Meinung meines jungen Begleiters. Jihihi, tja, ich wusste schon, dass ihr so etwas sagen würdet. Aber grämt euch nicht, ihr Lieben. Eure werten Wünsche liegen in den fähigsten Händen. Wie meinen Sie das? Jihihi, das werdet ihr schön selbst herausfinden. Wenn ihr erstmal ein paar Rätsel verpasst, verloren oder vergessen habt, kommt einfach wieder her. Und jetzt, pardon und meinen Gruß. Ich verabschiede mich in meinen wohlverdienten Urlaub. Und falls wir uns nie wiedersehen sollten, was durchaus sein kann, frohes Rätsel noch in Lügmar Dios. Dies war ohne Zweifel eine bizarre Konversation. Lass uns einfach später herzurückkehren. Einverstanden? Klar, Professor. Aber diesen Brummer dort bei der Blume will ich trotzdem nicht allzu nahe kommen. Ich habe das Gefühl, dass wir dem Brummer später noch nahe kommen müssen. Ob wir wollen oder nicht. Joa, das dann jetzt so fürs Erste. Ich bin erstmal auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Und das werden wir auf jeden Fall in den nächsten Tagen noch herausfinden. Und bis dahin, Enigma Dios, meine liebe Freunde. Und bis dahin, Enigma Dios. Und bis dahin, Enigma Dios. Und bis dahin, Enigma Dios.